herzlich willkommen in meiner firma schlosserei oldorf ich habe hier ein mvz schloss 6592 und das hat mir der kunde geschickt irgendwie schon reingeguckt ob ich hier was weg gebohrt na ich guck mir das mal gleich mal jemand 6592 das wird immer gemessen von mittelstuhl bis außenkante schiene oder von mittelzuhl bis außenkante schiene das geht auch 6592 65 das maß und das hier ist 92 millimeter das gibt es wieder an 92 oder 72 also da kann man sich gar nicht groß vermessen okay dann machen wir das schloss einmal eben auf das muss ich mal gucken was ist hier der richtige ja ich dann mal immer einmal bei schrauben eine dose packen sage ich immer wieder drinnen soll was weg gebrochen sein so hier vorne ist die schraube raus so muss denn wenn ich verlieren das muss da auch rein das teil hier haben wir es kommt dahin naja alles klar so da ist nämlich dieses teil hier weg gebrochen da gesessen das hat der kunde gemacht hier und das teil packen wir auch mal eben da rein das auch jetzt das problem das bauteil hier dann Vielen Dank. Ich muss das mal sehen, ob ich das noch rauskriege. Okay, dann weiß ich nichts anderes, dann gucke ich mal ihn von unten. Ja. Mal sehen, wie die das da reingesetzt haben. Okay, das haben die da reingetet. Dazu muss alle Fälle ... Das Teil ist mal wieder drauf. So. Dann gehen wir hier von dem hier ... Ja, wir reden nur von dem hier. Den will ich jetzt mal rausnehmen und dann mal gucken, ob ich da was hab, was ich da reinsetzen kann. Ich hab das jetzt hier angebohrt ... Und dann sollte das jetzt rausgehen. Mal gucken ... Falsche Richtung. So. noch nicht raus das man sollte es rauskommen okay ich komme das mal raus und dann schauen wir mal ich habe jetzt noch mal das eben weiter rausgenommen das teil habe ich rausgenommen zahnrad habe ich rausgenommen und das jetzt hier auszubauen da ist jetzt also auch dieser druck drauf und wenn ich jetzt hier hebel das ganze teil und das ist wieder mit dem hier verbunden und läuft unter dieser schiene das heißt um dieses teil auszubauen muss das hier komplett alles rausgenommen werden der aufwand ist ziemlich hoch das ist hier nichts ohne weiteres zu machen und ich denke mal auch dass ich muss jetzt neue bauteil haben ja das kann ich ja denn dementsprechend aus einem anderen schloss rausnehmen und da habe ich dann wieder genau das gleiche problem ja also unter großen umständen ist das möglich vom preis her und preis leistung her ist das wieder so lohnt sich das wieder nicht der aufwand ist zu groß da müsste man sich jetzt mit beschäftigen richtig und einig ist das so dass man das komplett zerlegen muss alles hier und das dann praktisch irgendwie rauszunehmen also um etwas auszuprobieren kann man das machen aber um jetzt effektiv da zu arbeiten jetzt hier dieses teil zu reparieren ist fraglich könnte vielleicht könnte vielleicht die führung rausnehmen aber das jetzt das kann ich also nur meiner freizeit machen das kann ich jetzt nicht in meiner arbeitszeit machen um jetzt zu sagen okay ich nehme das jetzt hier raus und bau da jetzt was neues rein das ist erstmal nicht so einfach denn ich müsste das komplett los machen schauen ja was wäre das das muss weg hier da so hier das dafür sind das ist das gehäuse dafür das geht hier noch weiter und da 1 2 3 4 ok hier könnte ich jetzt mal im los nehmen dann könnte ich vielleicht das hier anheben und danach darüber rausnehmen aber im großen ganzen ist das ist der aufwand zu groß weil müssen jetzt also noch mal eben den 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 und den hier entfernen ich habe das jetzt in angebot und jetzt kann ich das hier praktisch so rausnehmen die ganze einheit ja jetzt mal eben beiseite sieht man schon man kriegt es nicht raus das wort ich hier hier verbunden ist hier müsste das jetzt irgendwie das geht aber ich druck drauf das muss ich mal eben schraubstock machen weil ich muss das vorausdrücken und gleichzeitig nach nach hinten schieben wird das bauteil jetzt hier auseinander das wird nachher hier so rein ist jetzt richtig unter druck keine ahnung wie das rein kriegen man muss das irgendwie zusammengedrückt werden das muss da alles war eine was also die feder steckt hier drin gleichzeitig muss das hier um das wieder einsetzen zu können muss das hier hier nach hinten rein und dann nach vorne gedrückt werden und dann darunter ok die frage ist ich brauche so ein teil damit das überhaupt reparieren kann ok ich muss mal gucken so muss das ganze teil da rein das heißt man könnte wo ist das da drin gewesen dass man so spritzgrüß machte so die frage ist jetzt so 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 ich mache es so wieder ran oder bohrt man das teil hier neu, das heißt man sägt das jetzt hier ab und setzt da was neues ran. ich weiß es noch nicht. ich muss erstmal gucken, ich muss was überlegen, das ist ein bisschen schwierig.